Rund 2000 Unterschriften muss Schulleiter Dirk Lenius heute auf die Zeugnisse und Bescheide seiner Schülerinnen und Schüler setzen. Ich glaube, ich bin ungefähr bei der Hälfte jetzt angelangt. Eigentlich hätte er dafür bis Freitag Zeit gehabt. Doch jetzt müssen die Zeugnisse kurzfristig schon morgen fertig sein. Denn am Freitag wird in fast allen Landkreisen gestreikt. In der Prignitz, Ostprignitz-Rupin und der Uckermark hat Verdi die Verkehrsunternehmen nicht zum Streik aufgerufen. Auch in Oberspriewald-Lausitz sollen Busse und Bahnen fahren. Doch die regionale Verkehrsgesellschaft warnt, dass es trotzdem zu Ausfällen kommen kann. 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler hier wohnen außerhalb von Lenin. Wegen des Streiks kommen viele nicht zur Schule. Wir haben uns entschieden, dass wir die Zeugnisse dann morgen in den sechsten Stunden ausgeben werden. Und am Freitag, die ersten drei Stunden, das ist auch so beschlossen gewesen, werden wir Unterricht machen. Alle, die nicht in die Schule kommen können, erledigen Aufgaben von zu Hause aus. In Ausnahmefällen ist so eine Regelung möglich. Das hat das Bildungsministerium entschieden. Dass das jetzt ausgerechnet auf den Zeugnistag fällt, ist natürlich unglücklich. Deswegen haben wir uns entschieden, den Schulen die Möglichkeit zu geben, vor Ort selbst zu entscheiden, ob sie die Zeugnisse deswegen sicherheitshalber lieber am Donnerstag bereits ausgeben wollen oder bei Freitag verbleiben. Das ist eine Entscheidung, die man vor Ort am besten treffen kann. An der Grundschule in Seelow gibt es die Zeugnisse erst am Freitag. Der größte Teil der Kinder kommt hier aus Seele und insofern ist die Anzahl der Kinder, die mit dem Bus kommen, überschaubar. Man muss dazu sagen, die Gewerkschaft war ja recht fair, hat zeitig darüber informiert, sodass sich Eltern auch darauf einstellen. Weil die sechsten Klassen ihre Zeugnisse für den Schulwechsel brauchen, bekommen sie ihre Zeugnisse schon morgen. Für den Fall, dass es doch nicht alle am Freitag in die Schule schaffen.